Dost, Oregano Heilwirkung Antiseptisch, Antiviral, Appetitlosigkeit, Blähungen, Husten, Krampfhusten, Keuchhusten, Menstruationsbeschwerden, Mundentzündungen, Rachenentzündungen, Cellulitis, Eczeme, Psoriasis, Verdauungsstörungen Wissenschaftlicher Name Oregano-Bulgare Englischer Name, Oregano Volkstümliche Namen, Wilder Majoran, Gemeine Dost, Dosten, Wilder Balsam, Bergminze, Blauer Dunst, Orant Verwendete Pflanzenteile, Blühendes Kraut, Blätter Inhaltsstoffe, Gerbstoffe, Bitterstoffe, Ätherisches Öl, Daimol, Carvacrol Sammelzeit, Juni bis September Der Dost, häufig auch Oregano genannt, wird in der Heilkunde hauptsächlich als Tee verwendet Man kann sich jedoch auch eine Tinktur daraus ansetzen und als Hustentropfen oder gegen Menstruationsbeschwerden einsetzen Äußerlich kann man ihn gegen Wunden einsetzen, hier sind vor allem seine bakterientötenden Eigenschaften hilfreich Für die äußere Anwendung eignet sich vor allem das ätherische Öl des Oreganus Achtung! Während der Schwangerschaft sollte der Dost nicht innerlich eingenommen werden Pflanzenbeschreibung Dost der Dost bevorzugt trockene, warme Standorte Man findet ihn vor allem an sonnigen Kalkhängen, Bergwiesen und Kahlschläge Er gedeiht in ganz Mittel- und Westeuropa, bis hin nach Osteuropa Der Dost ist eine mehrjährige Pflanze und wird bis zu 50 cm hoch Wenn es ihm an einer Stelle gefällt, wird er von Jahr zu Jahr dichter, bis er im Frühling schon ein dichtes Polster bildet, das dann im Laufe des Sommers fast zu einem kleinen Busch heranwächst Sein rötlich überlaufener Stängel wächst aufrecht Wenn die Pflanze genug Platz hat, bilden sich in den Blattachseln zahlreiche Seitentriebe Die Blütenstände der rosa- bis weinrotfarbenen Blüten sind deutlich und riskenendig Schmetterlinge und andere Insekten sind ganz begeistert von den Blüten des Oreganus und laben sich zahlreich an ihnen So leistet der Dost einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Insektenvielfalt So leistet der Dostumpel Oste der Dost und dank den Hecht Dann swept an goetr ja So leistet der Dostannien B environ B ...